Modellierung und anwendungsorientierte Aufgaben. Also ihr seht mal, was man mit so einer Exponentialfunktion alles ausrechnen kann. Fangen wir an mit was, wo ihr schon aus der Realschule oder wo ihr vor auf der Schule wart, kennt. 1000 Euro sind angelegt, 8 zu 8%. Überlegt euch mal, wie würdet ihr denn das Kapital nach einem Jahr berechnen. Ihr würdet 8% einfach dazu rechnen. Die schnelle Variante wäre 1000 mal 1,08. Und wenn ihr dann das Kapital ein Jahr später berechnet, dann würdet ihr ja eure 1000 mal 1,08 noch mal mal 1,08 nehmen. Also kurz 1000 mal 1,08 hoch 2. Dementsprechend ist es glaube ich nicht weiter verwunderlich, wenn man sagt, nach t Jahren habe ich dann das Kapital 1000 mal 1,08 hoch t. Okay, dann habe ich eine Exponentialfunktion. Wir sind ja aber im Prinzip auch von den letzten Buchkapiteln drauf getrimmt, dass wir gut mit der Basis e rechnen können. Jetzt habe ich zwar eine Exponentialfunktion, aber nicht mit Basis e, sondern mit Basis 1,08. Deswegen sollte man drauf haben, dass man einfach diese Wachstumsgleichung auch auf Basis e bringt. Und das ist im Prinzip was ganz Einfaches. Ihr könnt euch einfach überlegen. Da wird ein Basis, e wird als Basis genommen. Sozusagen aber die Umkehroperation Ln wird auch schon eingebaut. 1,08 und die beiden, die schalten sich ja so einfach gesagt gegenseitig aus. Deswegen kann ich dann, wenn ich von hier oben, wenn ich der Ln von 1,08 nehme und den als, kommt raus 0,0770. Wenn ich den hier oben einsetze, dann habe ich sozusagen das e neutralisiert und insgesamt bin ich wieder bei meiner 1,08. Also kurz gesagt, wie ihr vorgeht, ihr setzt hier ein e hin und von eurem, von dem Faktor, von dem Wachstumsfaktor 1,08, davon nehmt ihr den Ln. Der wird hier oben, der wird hingesetzt und schon habt ihr die Wachstumsgleichung, die gleiche Wachstumsgleichung, nur mit der Basis e. Ein paar Begriffe dazu. Das ganze Produkt hier nimmt man Wachstumsgleichung. Ja, das hier, der Wachstums, der eigentliche Wachstumsfaktor 1,08, den erkennt man natürlich in der Darstellung schön, 8% mehr. Den erkennt man hier nicht mehr so schön. Dafür kann man mit der besser rechnen. Und noch ein Fachwort hier oben, das hier heißt Wachstumskonstante, also dieser Wert hier oben. Okay, und was ich jetzt gar nicht gesagt habe, aber was euch schon von Anfang an klar ist, vermutlich dieser Wert hier vorne, das ist immer der Anfangsbestand. Das heißt, ein exponentielles Wachstum haben wir in der Form gegeben, Anfangsbestand mal e und jetzt kommt hier die Wachstumskonstante mal t. Ja, dann haben wir hier, dann haben wir die Gleichung, die allgemeine Gleichung für exponentielles Wachstum. Okay, dann rechnen wir doch mal was aus, nach wie vielen Jahren verdoppelt sich das Kapital. Ja, erster Ansatz wäre doch einfach so, dass ich mir überlege, okay, Anfangskapital war 1,000, dann ist die Verdoppelung 2,000. 2,000 und dann löse ich einfach diese Gleichung nach t auf, 1,000 mal e hoch und so weiter. Teile ich durch 1,000, bin ich hier, nehme den ln, dann bin ich hier. Also dann steht hier eigentlich sozusagen noch 0,077t gleich ln2. Dann teile ich durch die 0,077 und bin bei 9. Und dann vielleicht noch eine Abkürzung, wenn es euch hier auffällt, hier im Nenner steht doch genau diese 0,077. Das ist doch genau diese Wachstumskonstante, die ich hier oben drin habe. Und das ist immer so. Bei der Verdoppelungszeit habe ich hier unten, deswegen auch die Formel, habe ich immer ln2 durch die Wachstumskonstante. Entweder ihr merkt euch die Formel oder ihr rechnet es dann halt eben so aus. Okay, schauen wir uns noch ein Beispiel kurz an. Jetzt geht es um Bakterien mit Bakterienkultur. Am Anfang haben wir 824 Bakterien, nach einer Woche sind es dann so viel. Behauptung ist hier, dass das exponentiell zunimmt. So, jetzt schauen wir uns mal an, da lernt ihr auch was drüber. Was bedeutet eine exponentielle Zunahme? Ja, exponentielle Zunahme. Was ihr gleich seht, also betragsmäßig nehmen die von Woche zu Woche nicht um den gleichen Wert zu. Also hier sieht man es ja schon, hier sind schon 300 über 3 oder knapp 300 und hier sind es ein bisschen über 100. Aber exponentielle Zunahme bedeutet, dass es prozentual um den gleichen Wert immer zunimmt. Also wie viel Prozent ist dieser Wert mehr als dieser? Sollte gleich viel sein wie wie viel Prozent ist dieser mehr als dieser? Deswegen geht mir das so vor, dass man einfach zwei aufeinanderfolgende Werte teilt, 976 durch 824, kommt raus 1,174. Heißt auf Deutsch, dieser Wert hier, der ist um 17,4 Prozent mehr als der. Und wenn ich das bei den anderen auch mache und immer diese 17,4 Prozent kriege, dann kann ich sagen, alles klar, ich habe immer prozentual gleich viel, ich habe exponentielles Wachstum. Und dann habe ich daraus auch sofort die Wachstumsgleichung. Anfangsbestand mal 1,174 hoch t. Ja? Okay, und dann wieder das Spielchen von vorher. Wir möchten das aber bitte mit Basis e haben. Der Anfangsbestand bleibt gleich. Und dann nehme ich immer den ln von der 1,174 aus dem Grund, wie vorhin erklärt, kommt die 0,160 raus. Und dann habe ich e hoch 0,160 mal t. Und dann habe ich die Wachstumsgleichung sogar noch mit Basis e und kann damit bequem rechnen. Also diesen Wachstumsfaktor bekommt ihr dadurch. Wachstumsfaktor zur Erinnerung. Diese 1,174 bekomme ich daraus, indem ich einfach den Quotient bilde, also den nächsten Wert, den nächsten Wert durch den Wert auf 1 davor sozusagen teile. Gut, hier noch der Verweis darauf, wenn ihr so eine Werte, wenn ihr Werte habt, ja, ganz viele, eine kleine Wertetabelle, könnt ihr auch mit dem Taschenrechner eine Regression durchführen. Das heißt, der Taschenrechner legt euch die Kurve durch die Punkte durch oder möglichst nah durch. Und unser Taschenrechner eine exponentielle Regression kann der ganz gut. Okay. Letzte noch kurz. Bestand nach 10 Wochen sollen wir schauen. Und die Verdopplungszeit. Bestand nach 10 Wochen, ganz easy. 10 einsetzen. Ja, für t kommt auf das. Und die Verdopplungszeit wieder wie vorhin. Jetzt benutze ich mal die Formel ln2 durch diese Wachstumskonstante. 0,160 diesen Wert hier. 4,33 Wochen ist die Verdopplungszeit. Also nach dieser Zeit hat sich ein beliebiger Bestand verdoppelt. 4,33 Wochen ist die Verdopplung.